So, Freunde. So. Alle heiß? Das Geheimnis meines Tages. Ich verrate es euch. Ich kann ja kein Mensch lesen, was da draufsteht. So. Da. So. Äh, Hashtag Schleichwerbung. Jetzt hab ich euch mal hier gezeigt, was hier... Nein, das absolute Highlight meines Tages heute ist... Ja, das mach ich mir gleich. Mann, Mann, Achindo! Das sind anstrengende Tage hier. Ich sag euch, das war, also, meine Güte. Wirklich, wirklich. Was ist heute für ein Tag eigentlich? Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. So, hab ich noch was im Auto vergessen? Manchmal vergesse ich was. Die Briefe. Popcorn hab ich mitgenommen, aber die Briefe nicht. Jetzt haben wir alles. Oh, da seid ihr wieder. Jetzt haben wir alles. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und meinen kleinen Superblock, auf dem ich mir alles immer notiere. Der Superblock. So, komm, wir gehen wieder rein. So, komm, wir gehen wieder rein. Jetzt 18. observed das neue Boa-K Deborah ein. Jetzt sind wir, das observenste Zolt tracing. Das heißt das Cherche vierter Maz kitchen muss. So,annah ist ja selbst. Das Neue ist ausgedacht. Richtig gut. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch so eine Folie aufgeklebt, guck mal. Und da kann ich einfach draufschreiben. Und wenn nicht, wenn es nicht mehr gefällt, wische ich das wieder weg. Voll gut. Kann ich jedem mal empfehlen, so eine Folie. Eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Die Frage ist, wo ist überhaupt meine Sonnenbrille? Ah, ist sie schon. Also, die Sache ist, ich mache diesen YouTube-Channel ja noch nicht so lange. Und jetzt, wo so die ersten Abonnenten dazukommen und Anfragen immer wieder kommen und sowas, kann ich euch sagen, ich kümmere mich darum, um diese Anfragen, die ihr habt. Ich werde aber nicht alles sofort immer bearbeiten können. Also, egal, ob das jetzt irgendwas zur Geschwindigkeit ist oder wie man sich da und so auf die Prüfung vorbereitet oder wie man im Parkhaus fährt oder noch so ein paar Sachen. Das sind Dinge, die sind nicht einfach zu drehen. Und damit ich euch das auch vernünftig erklären kann, bedarf das immer so Vorbereitungen und sowas. Das heißt also, ich werde das im Laufe der Zeit immer mal wieder machen. Aber kann das nicht... Ihr wisst, was ich meine. Ja? Es geht nicht so ratzi-fatzi. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn ja, liked doch und abonniert diesen Kanal. Und des Weiteren habe ich auch noch so einen Online-Kurs. Und ich stelle jetzt parallel zu diesen Daily Vlogs auch immer wieder einzelne... Wie sagt man das? Einzelne Episoden? Nee. Einzelne Teile aus den Bereichen, Teile... Teilbereichen, stelle ich vor. Die lade ich dann parallel dazu hoch. Das fängt an mit, wie stelle ich mir den Sitz ein und geht bis, wie funktioniert ein Grünpfeil und... Ach, alles Mögliche. Da ist alles Mögliche drin. Immer wieder dazu parallel veröffentliche ich halt hier so ein paar Folgen zwischendurch. Also, immer dranbleiben. Ich möchte euch noch ein großes Geheimnis teilen. Ich bin jetzt hier in so einem Verein. Pass auf. Kein Witz. Ist echt kein Witz. Ist echt kein Witz. Ja, äh... Ich bin in der zweiten Kompanie. Ich bin aber ein Soziales Mitglied. Also, ich weiß nicht, was passieren muss, damit ich in dieser Uniform durch die Gegend... Das kriege ich da nicht hin. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin mehr so... Wisst ihr? Und so komme ich besser drauf, klar. Also, das ist die große Neuigkeit. Morgen habe ich einen ganzen Tag Büro. Unglaublich. Der ganze Tag ist nur Büro. Ich kann das noch nicht so ganz glauben. Oh, wollt ihr mal meinen Denkzettel sehen? Habe ich aus dem Büro bekommen. Braucht jeder mal. Nicht drüber nachdenken. Das ist nur ein Dingzettel. Ja, das war... Also, morgen ist ein ganzer Tag Bürotag. Da werde ich noch ein, zwei Folgen drehen für euch. Ja, jetzt gleich gibt es noch eine Folge, die ich veröffentliche aus diesem Online-Kurs. Ansonsten könnt ihr gerne weiter dranbleiben, wenn ihr Anregungen habt, was ihr noch wissen wollt, sehen wollt, hören wollt. Was ich euch noch zeigen soll, wie was funktioniert. Könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das. Nicht sofort. Dran denken. Und ansonsten schmeiße ich mir jetzt das Popcorn in die Mikrowelle. Wenn ihr wollt, wollt ihr, könnt ihr noch dabei sein. Wollt ihr mit? Komm, wir schmeißen eben das Popcorn rein, komm. Mit der Aufschrift Oben muss nach oben zeigen. Kriegen wir ihn. Oh, hier. Oh. Ah, nee. Oben. Lunge. Oh. Wunderbar, hier. Oben. Gucken wir mal rein hier. Uh. Guter Popcorn. Oben sieht auch gut aus. Muss nur noch. Hier. Jetzt muss nur noch hier Poppie Popcorn. So, was mache ich das denn auch? Alla heiß. Ah. Ah. Ah, noch heißer. Ah. Oha. Mh. Lecker. Ja, Pohle. Ich ziehe mir jetzt hier das leckerste Popcorn der Erde rein. Das geht. Das geht. Ist gut. Ja. Wenn ihr hier wärt, würde ich mit euch teilen. Nächstes Mal vielleicht. Ansonsten, piep piep piep. Ich habe euch lieb. Passt auf euch auf. An dieser Seite abonnieren. Denkt dran. Wir sehen uns. Tschüss. Auf Wiedersehen. Nein. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. gown. Bis zum nächsten Mal.